Jetzt das blaue Scheint so, ne? Wie können dieses... Violette können wir nicht Aber ich glaube, das war das nicht Das war's nicht Das war's doch, oder nicht? Aber ich... Ah, uns fehlt jetzt das blaue Teil Was gab'n? Hat er ja nicht gesagt, es gab'n Aufzug von der Trib... Auf ne Tribüne oder so, was man da knacken musste Also... Wir haben dieses eine Ding da oben noch an dem... an den Typen dran Da Das können wir noch abballern Und da oben dran ballern Fast Also... So, jetzt haben wir das da dran Und den können wir dann runter bauen Jetzt die Frage, bringt uns das was? Und wenn ja, was? So... So, jetzt sind beide unten Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir müssen hier auf jeden Fall wieder Energie rein kriegen Dafür brauchen wir bestimmt... Brauchen wir den blauen eigentlich... Aber wo hat er gesagt? Hier mit dem blauen... Die Kristall gab's in seinem Labor, hat er gesagt Aber da war er nicht Wir haben jetzt diese Macht Mit dieser Macht können wir da irgendetwas machen Bei ihm im Labor Die Viecher abballern Ähm... Was können wir noch machen? Ich bin so'n bisschen überfragt gerade Ich glaube, wir brauchen den blauen... Ähm... Ich geh nochmal hoch Aber ich glaube, wir brauchen den blauen Kristall Ich glaube, das war das, was wir hacken sollten Das ist der... Der violette da Und dann... Ich hatte noch was gesagt Für den blauen Kristall Der etwas... Versteckter ist Für den blauen Kristall Für den blauen Kristall Ich weiß nicht Für den blauen Kristall Ich weiß nicht Ich weiß nicht Oder ich weiß nicht Das ist der... Wo ist der? Ich glaube, die Symbole bringen uns aber nichts, irgendwie. Wir können jetzt in diesen einen Raum, glaube ich, wo wir anfangen waren, da war ja auch dieses Ding, das können wir runterballern und wenn wir das runterballern können, können wir vielleicht in die Tür rein und vielleicht finden wir da den blauen Kristall. Das ist ein ganz schönes Hin und Her hier. So groß war man, wir wollen hier wieder Starseed Kulling. Und zwar Kulling Rounds. Ich habe nur noch 50 Jahre gesehen, fließt und wachsend da, in Duncan. Es muss noch mehr sein als das sein. Schau mich an. Ich spreche mit einem Schädel-Giäuten über die Gefahr zu fühlen. Sorry, big guy. Aber ich weiß, was meine Freunde nach Hause waren. Ich weiß, was wir hier noch nicht so gut sind. Wir haben noch eine Kauachin-River mit einem Kauachin-River. Mit einem Kauachin-River. Mit einem Kauachin-River. Mit einem Kauachin-River. So damit wären wir hier. Damit wären wir hier. Damit kommen wir da rein. Oh, buah Mist. Noh Mist. ... Also, das ist ganz einfach. Okay, jetzt sind wir hier. Da finden wir hoffentlich den blauen Kristall. Dann gehen wir nach oben. Also, dafür hätten wir eine Sonnenleiter anbauen können. Ach, das meinte er mit dem Podest. Ich dachte, der meinte da in diesem anderen Raum. Ah, der ist Held gelandet, Alter. Da kommen sie. Oh, fast. Okay, wir müssen diese Dinger machen. Moment, ich muss mich kurz zurücksetzen, damit ich da genug raum. Die habe ich noch nicht genug raum. So, jetzt habe ich genug raum. Fuck, der blaue Kristall. Oder? Look at Bastion. Er ist schützlos. Du hast ihn in der gleichen Kalt wie Tusk. Er ist ihr Kind. Wenn du ihn nicht interessiert hast, stop das für mich. Bitte. So ein feiger Hund. Das war die einzige Möglichkeit für ihn zu überleben. Sich verstecken, um den Hinterrück zu attackieren. Auch, äh, das ist ziemlich feige war, ich finde. Gut, hier gibt es noch etwas, was wir machen können. Ah, okay, Bücher, na geil. Ähm, Tusk, the Unstoppable, so loud, the history of the Kalt. There has been but one volunteer, a towering brute womb. The crowd, adult security, uh, brute, isn't. The young girl, feebly swung, a shard of one, the brute. Ah, das sind so, das sind so, das sind so Geschichten. Wenn ihr das lesen wollt, mal auf Stop drücken. Ähm, jetzt für den er. Sebastian's Kalt, the mob wants our blood and we must quench the thirst. Mother said that a royal would need to fight the Kalt. Okay, okay, okay. It looked as Mother displayed a rare show of generosity by grouping Sebastian with the most sickly of the village. We mussten ja am Ende kämpfen. Um's Überleben. Wegen der Nahrung vielleicht. So, der Stärkste gewinnt so mäßig und der überlebt, kriegt dann Nahrung. Okay, wir haben einen blauen Kristall, dann können wir jetzt die Energie einleiten. My old mother tried to kill me. And Sarah, she just watched. She just sat there and watched. And Sarah, breathe, breathe. They can't see you like this. They'll know. Just push it down. Keep it all in. Yeah. Be the quiet Gimp they want you to be. Tinker away. Hey, play nice. Then take control of everything. Okay, der hasst, der ist hier wirklich. Aber ich verstehe nicht ganz die Arena. Er sich schiebe leichter, dass er gewonnen hat. Vielleicht ist das wirklich so eine Art Überlebens- oder vielleicht so eine Art Test, um sich zu beweisen, dass der würdig ist. Vielleicht sowas in der Art. Ähm, wo wollten wir hin? Zu den... zum Tempel. Oh, bitte. Danke. 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 Gelb... blau... grün... oder orange... blau... grün... blau... oder... Ja, Mist. Müssen wir einen Schritt zurück gehen. Na Mist, ist halt anderer... Ja, Mist. Aber da hat das Erstaun. Ljubb... Nein, es geht... Schleifern... Oder eine andere 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 andere. Ja, der ruhig bin. Ja, du bist. Wir müssen uns machen. Ja, ich denke. Ich bin dran. Tschüss, jetzt. Ich bin dran. Ich bin dran. Ja, ich bin dran. Ah, fuck, in der rechten war es. Mist, gelb, gelb-orange, gelb-orange, zweimal, gelb-orange, orange, gelb-orange, gelb-orange, gelb, gelb-orange, 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 Geld-orange, gelb-orange! Ach du Scheiße, was war es jetzt? enciales Glieder gelb-orange, gelb-orange, So, Gott sei Dank. Ich packe meinen Koffer. Einmal gelb. Jetzt kommt die Energie und gibt uns erstmal Wasser, theoretisch. Hat sich das nicht umgedreht? Oder hat sich das wieder resettet? Guck mal, oh, Entschuldigung. Mein Mikro. Ich muss mir da mal ein Bluetooth-Headset oder sowas kaufen. Das ist ein bisschen angenehmer als die ganzen Kabel hier, ma? Das hat sich wieder resettet. Okay, ich wollte zuerst... Wasser wollte ich, ne? Zuerst... Also, der da hinten hat dazu gepasst. So. Und der hier... ...past... ...dazu. So, jetzt sehen wir das. Ähm... Das Problem ist jetzt aber... Ich muss der jetzt nach unten, vielleicht? Ja. Ja, fuck. Wann mal. Nein. Fuck. Nein, in meinem letzten Rest. Wann mal. Fuck. Jawohl. Äh, jetzt haben wir die Energie... ...Quelle... ...für Wasser. Wie war das nicht? Ihr Lichter sind auf, alle Stunden der Nacht? Parts sind weg, alle auf dem Tempel. Whatever es ist, ich hoffe, dass wir uns helfen können. Soon, wir nicht mehr genug haben, um zu verabschieden, um zu verabschieden. Ich habe das Wort geholfen. Entschuldigung? Ein finales Wort. Wie kannst du das sagen? Nachdem ich dich in der Pit, und du war... Du warst nicht mit dem Problem. Ich war schrecklich. Oh, aber nicht genug, um sich mit der Mutter zu stehen. Nicht genug, um sich aus deinem Kopf zu stellen. Willst du mich nie vergeben, Sebastian? Vergeben. Das ist eine Wahl, die du nicht bekommst. Nummer eins. Wenn du uns hören kannst, kannst du uns helfen. Wer ist denn da? Ich auch, ich bin dabei. Ich glaube, der passt ganz gut. Hier ist Wasser. Und... Und... So. Einmal da ran, bitte. Mit Beermacht. Von Greyskull. So. 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 So.